Wir befinden uns im Jahr 1919. Das ganze Rheinland ist von den Siegermächten besetzt. Das ganze Rheinland? Nein. Ein winziges Gebiet zwischen Lorch und Kaup verteidigt hartnäckig seine Freiheit. Was nach Asterix klingt, beruht auf einem Vermessungsfehler. Die Besatzer hatten mit dem Zirkel Kreise um Koblenz und Mainz geschlagen, um dort Brückenköpfe einzurichten. Zwischen diesen Kreisen ist ein schmaler Streifen übrig geblieben. Und der erklärt sich am 10. Januar zum Freistaat. Wir wünschen, dass zwischen Bonn und Mainz wenigstens noch ein Streifen wirklichen deutschen Rheines verbleiben soll. Frei von jedem welchen Einfluss. Telegrafiert Edmund Pniszek, der Bürgermeister von Lorch, an die Waffenstillstandskommission in Spahr. Er kann sich damit tatsächlich durchsetzen, obwohl die Franzosen das Gebiet eigentlich zu ihrer Besatzungszone schlagen wollen. Hier hat sich halt eben die Bevölkerung gewehrt und hat dann gesagt, wenn wir schon so aussehen wie in Flaschenhals, dann sind wir halt eben jetzt der Freistaat Flaschenhals. Erzählt Peter Josef Barles, dessen Großvater damals dabei war. Die Not im Flaschenhals ist zunächst groß. Der einzige Weg nach Limburg, der nächsten freien Stadt, führt über Knüppelpfade mitten durch den Taunus. Weil die Preise für Lebensmittel explodieren, entwickelt sich ein reges Schmugglertreiben. In Kauf lagen jeden Abend so ein halbes Dutzend Schiffe vor Anker, die alles Mögliche geladen hatten. Zucker, Mehl, Brennmaterial. Und das konnte man ja schön tauschen. Da die meisten Familien im Freistaat einen Weinberg und eine Brennerei besitzen, funktioniert der Tauschhandel wunderbar. Auch die Versorgung mit Fleisch regelt sich, da die Bauern aus den besetzten Gebieten ihr Viehen nachts über die Grenze treiben. Die Metzger im Flaschenhalsgebiet haben das dann geholt und haben es schwarz geschlachtet. Und somit war sogar ein regelrechter Fleischüberschuss im Freistaat. Bald hat sich der Schmuggl dermaßen perfektioniert, dass ganze Wagenladungen über Limburg ins unbesetzte Deutschland verschoben werden. Edmund Pniszek, der mit der Verwaltung des Gebietes beauftragt ist, denkt gar nicht daran, dagegen vorzugehen. Pniszek hat gesagt, das geht uns nichts an, wir haben das Gesetz ja nicht hier. Wir sind ja Freistaat, wir können das ja tun, wie wir wollen. So führen die Bewohner des Flaschenhalses inmitten der besetzten Gebiete ein fröhliches Leben. Auf einem ihrer Notgeldscheine prahlen sie Nirgends ist es schöner als in dem Freistaat Flaschenhals. Die Franzosen finden all das natürlich gar nicht witzig. Um Jagd auf Schmuggler zu machen, stellen sie Suchscheinwerfer auf der linken Rheinseite auf, die in der Dunkelheit des Ufer ableuchten. In einer Nacht sehen sie junge Burschen, die ihnen den Rücken zukehren. Und als das Licht anging, haben sie die Hosen runtergelassen und das mehrfach, um den Franzosen zu zeigen, was sie von dieser Aktion hielten. Die Besatzer schlagen zurück. Im Mai 1920 legt ein Schiff mit französischen Soldaten in Kaup an. Sie marschieren schnurstracks zum Denkmal des Napoleon-Bezwingers Blücher und pinkeln geschlossen an den Sockel. Das war eine Sache, die dann im Simplicitimus deutschlandweit verbreitet wurde. Im Februar 1923 ist es mit der Freistaat-Herrlichkeit vorbei. Der Flaschenhals wird von französischen Truppen besetzt. Als sie im November 1924 wieder abziehen, löst sich der Freistaat endgültig in der Weimarer Republik auf. Zum großen Bedauern vieler Bewohner. Wer heute von der Loreley rein aufwärts wandert, findet immer wieder Hinweisschilder auf den Freistaat. 1994 haben Winzer und Gastwirte eine Initiative gegründet, um an die glorreiche Vergangenheit zu erinnern. Ein schönes Beispiel, wie sich Geschichte in klingende Münze verwandeln lässt. Flaschenhals-Präsident Peter-Josef Balis Wir möchten unser Gebiet bekannt machen, möchten Leute animieren, auch hier Urlaub zu machen. Und mittlerweile sind natürlich auch Franzosen im Freistaat Flaschenhals willkommen. Auf Wiedersehen.